Die kleine Geschichte von Bosse Hamann von der Eile. Viele Bücher kennen den Bosse Hamann und alle geschätzt und beirrt. Und da war er aber eines Tages für das Schrebe hergekommen und hat sich mich randaliert und sein Bad Riechen hat gesagt und hat geschuldet und hat unser Reich gestützt und da hat der Hamann den nächsten Mai oder der Erwitz hat er das Oberer aus der Wand genommen und hat das Oberer mitgenommen und hat sich die Bahn abgegeben und hat gesagt, wenn ich nichts esse kriegen, oben die Eile, wir brühen die Öl nichts. Und so war er wieder gefahren oder der Erwitz und hat gesagt, Rümmel an der Erwitz zerrissen. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.